So, Aufnahme machen wir auch an. Oh, sie machen Pulthammer hier. Dann schmeißen wir jetzt die Inka. Super, mal eine Gruppe, die ist nicht verkackt tatsächlich. Ja, aber das mit dem Würfel ist ganz cool. Mit dem versuche ich es jetzt mal. Dürfte, denke ich mal, ganz gut abgehen. Hoffe ich zumindest mal. Also ich spiele jetzt quasi einmal mit dem Würfel und ich spiele einmal mit, ja, diesem Mechagon Trinket. Ich wollte ja ursprünglich aus dem Raid ein Death Trinket für M+. Das ist jetzt die letzte M+, die ich brauche, dass ich alle 15 in Time habe. Danach ist für mich M+. Ja, quasi eh gestorben. Ne, die können wir noch mitpullen. Die eine Gruppe würde ich dann auslassen wollen. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Und jetzt bin ich eigentlich, also wenn das jetzt hier gleich klappt, der Run, wir hoffen es mal, dann bin ich mit dem Plus für mich schon wieder so durch. Dann kann ich das Trinket aus dem Raid auch quasi Trinket sein lassen. Banana, ich grüße dich. Naja, jetzt schauen wir mal. Vielleicht sollte ich da auch rausgehen. Oh, wenn der da reingekickt wird, dann addet er die Gruppe und das ist nix gut. Ich glaube, die hätten wir auch auslassen können. Hier, den Schuss kannst du ja avoiden, beziehungsweise kannst du ihn auch zu 10, also das orientieren zum Beispiel. Dann schießt du halt auch nicht. Wäre halt auch eine Option. So, die eine Gruppe will ich jetzt aber tatsächlich auslassen. Die ist nämlich ätzend. Die mag ich nicht. Lief jetzt so ein bisschen mit auf die Augen drauf. Solange es halt geht, solange hier die Void nicht ist. Jetzt ist hier alles zugevoidet, jetzt müssen wir da leider raus. Ein Auge ist da hinten noch. Okay. Dienen wir mal mit hier. Da habe ich gar nicht auf den Damage geguckt von der Gruppe, aber die hatten zumindest, so wie ich das gesehen habe vom Live, alle relativ gutes Gear und ich meine, die Leute hatten auch einigermaßen Score gehabt. Nicht, dass ich jetzt behaupten würde, Score ist gleich, dass die Leute gut sind. Das kannst du so nicht sehen, aber es ist zumindest ein Indikator dafür, dass sie schon mal ein bisschen was gespielt haben, auch was gerissen haben und meistens können die Leute was. Meistens, ne? Ist jetzt nicht, heißt jetzt nicht gleich Score gut, aber es ist zumindest, ne? Es ist so ein Indikator dafür. Aber mal gucken. So, jetzt, wo lege ich den ab? Ich lege den jetzt hier in der Mobgruppe ab. Das ist jetzt zwar nicht ganz so ideal, deswegen muss ich jetzt ganz schnell als erster da durchs Portal. Weil jetzt, wenn wir instant triggern, deswegen gleich hier AI rein spammen. Und natürlich die Heilung interrupten, den Cast interrupten wir hier auch. Nochmal zurücktaunten. Oder overnuken hier. Nicht mit mir. So, komm. Wo ist das Motorrad? Ah, an so engen Stellen dieses Motorrad reinzuhauen, ist gar nicht mal so geil, weil das oft dazu führt. Also der Schaden ist gut, der Mage und der Ding hauen rein. Äh, ganz ehrlich, der Pala hat den Key, ne? Der ist so, hm? Und der hat sich jetzt halt eine krasse Gruppe gesucht, die ihn durchcarryt. Würden jetzt böse Zungen behaupten, aber ich bin ja froh, dass ich den Key habe. Irgendwo hier müssten die Unsichtbaren sein. Okay, anscheinend haben wir sie jetzt nicht. Ah, da ist er. Ich bin mir immer nicht so sicher. Manchmal, also ich habe hier auch schon zwei Unsichtbare, aber ich glaube, das ist dann, wenn Teaming ist, meine ich. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher. So, okay. Wir haben ja einen Mage dabei. Oh, ihr seht schon, wer das Schild hat, ne? Haben die da gerade draufgehört? Ich habe, ich haue auf dem am Anfang nur drauf, dass ich die Akku habe, ne? Das ist der Hintergrund. Deswegen habe ich den angecharged, den Mob hier, weil der castet halt zwar teilweise random, aber manchmal auch so die Hits und vor allem die Melee-Hits, wenn er switcht. Deswegen charge ich immer am Anfang. Ja, deswegen meinte ich einer, der durchgecarried wird. Jetzt haben sie ihn gerätzt. Das hätte ich nicht gemacht, weil er ein Melee ist und er wird sicher nochmal sterben. Shit, ich bin auch ein Gammler und hitte auf den, auf den falschen Mob hier gerade drauf. Zum Glück habe ich es noch gemerkt. Hier, sagen, dass ein anderer ein Gammler ist und derweil auf den mit dem Schild hitten, ne? Ja, haben wir gern. So haben wir das gern. Ne, aber ehrlich gesagt, wenn hier Boss-Buff ist, da rippen dir, wenn du nicht Melee's hast, die echt richtig gut spielen, rippen dir sehr schnell die Leute weg. Hätte ich jetzt auch theoretisch rausgehen können, aber okay, wir müssen sie wieder switchen. Ich teile mich jetzt mal ein bisschen hoch hier. Das war übrigens jetzt auch gerade nicht sonderlich gut, was ich da getan habe. Okay. Ich dachte, der geht vielleicht noch vorher down, ne? Ist er aber nicht. Und dann sind alle, habt ihr gerade gesehen, alle Wirbelstürme sind durch mich durch. Ich hab's halt einfach überlebt. Ja, einfach nur, weil ich viel Life hab. Das ist so traurig. Outgeared. Ich hab gerade alle Wirbelstürme gefressen und hab's halt einfach überlebt. Ich dachte, der rippt vielleicht vorher noch, dann castet das gar nicht mehr, aber das war ein Trugschluss an der Stelle. Und ja, kann ich hier, ne, hier kann ich nicht dingsen, ne? Aber hier können wir einmal rawn für die Leute. Schauen wir mal, ob irgendjemand den Einschlägen zum Opfer fällt. Das ist ja hier auch immer ganz beliebt. Kommt der Breath. Heiler, mach keinen Scheiß. Schau mal, der Heiler, der hat's von, ich glaub nicht vom Einschlag hat er sich erwischen lassen, oder er hat sich, denk ich, nicht vom Breath erwischen, sondern vom Einschlag. So, jetzt können wir dem Breath auch ausweichen. Du merkst halt, dass die Instanz jetzt schon ein gutes Stück einfacher ist, ne? Ich hab's dir ganz am Anfang, äh, hab ich sie gelaufen, als, ähm, der Case hier quasi, jetzt wird er halt hier, fuck, jetzt kann ich ihn grad nicht rausdrehen. Okay. Ach. Da ist halt die Grütze. Den einen da oben müssen wir noch irgendwie so rankommen. Plus das rentieren. So, das können wir jetzt mit dem, mit dem Obelisken wieder einiges, äh, skippen. Ähm, ich wollte bloß die große Gruppe hier mitnehmen, hat den Hintergrund, weil ein paar Punkte hat John Braust und die können eigentlich jetzt nicht sonderlich viel. So. Ihr musst da halt am besten schnell raus, dass er vor der Hit kommt. Ja, super, jetzt blockt das Ding wieder da oben. Love it. Komm, Fahrzeug. dieses blöde Fahrzeug, ne? Habt ihr gesehen, das ist wieder gegen die Mauer gefahren. Mittlerweile habe ich ja gecheckt, ne? Dass der Cast von ihm hier Melee Damage ist. Ich dachte immer, das ist irgendwie Shadow Damage oder irgendwas anderes. Und das kann ich mit meiner Active Mitigation kann ich es tatsächlich um einiges abschwächen. Jetzt müssen wir hier mal kurz warten. Die Putt werden wir dann halt einfach gleich mitnehmen. Die Putt kann ich dann eigentlich hier reinziehen. Was macht er? Er muss doch eh, er muss doch dann eh hier rein durchs Portal. Läuft er schon mal weiter. Da kommt der Breath. Juridisch kann ich hier noch mehr dazu ziehen. Na gut, der ist aus der Range. Den interrupten wir mal. Naja. Also ich muss ja jetzt nicht zu Risky pullen, ne? Sagte er und chargte halt hier rein. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Heiler Mana aus? So by the way. Ach der, der Paler, ne? Das unterstützt halt meine Theorie, die ich halt vorhin geäußert habe. Was hat der hier vor? Der hat hier Spaß. Jetzt hat er sich hochgebufft. Super optimal. Okay, das hat jemand schon interruptt. Warte mal, komm, desorientieren wir die anderen Casts noch. Den holen wir auch noch ran. Oh, und von hinten kommt... Nein, das wollen wir nicht. Oh, wenn der jetzt die Mitte geedit hätte damit, ne? Wäre immer richtig bitter gewesen. Okay, den hier. Da hinten haben wir nochmal einen an der Seite. Der würde jetzt gleich breffen, ne? Da würde ich jetzt mal Abstand gewinnen. Naja, da kommt der Breath. Ich habe ihn extra ganz in die Ecke reingezogen, dass nichts passieren kann quasi. Können wir mal hier links ziehen. Warte mal, haben wir alle kleinen Mobs jetzt? Nein, so. Keiner mehr übrig. Na ja, komm. Die ziehen wir da rein. Ist es dein Ernst? Ist der jetzt an der Schlange hochgegangen? Habt ihr das gesehen? Weißt du, in der Theorie ist dieses Motorrad-Toy ja, eine echt coole Sache. Die haut gut Schaden raus, ne? Kannst du alles nichts sagen. Aber in der Praxis, das bleibt dann jeder Ecke hängen beziehungsweise an irgendeiner kleinen Schlange. Und das ist dann halt schon wieder ein bisschen ätzend. Tatsächlich das rentieren wir die mal. Worry klopft halt schon ordentlich Damage, ne? Kannst du nichts sagen. Jetzt haben wir hier halt noch keine HT. Ich denke mal, da kommen wir ganz gut durch. Jetzt stehen sie da halt seitlich. Also hier bei dem Boss ist es tatsächlich am besten, wenn alle am Rand stehen, weil dann geht der Breath halt auch immer an den Rand. Wenn halt einer in der Mitte steht, dann hast du halt die Problematik, dass der Boss halt auch in die Mitte breathed, ne? Also am besten darf nie einer hinterm Boss stehen. Also am besten den Boss an den Rand ziehen und dann auch alle an den Rand stellen. Dann hast du es eigentlich am einfachsten. Habe ich so im Laufe der Zeit rausgefunden, habe ich das ja nicht, aber so quasi, ne? Und den Bosskiss, die ich gemacht habe, lief es dann immer am besten. Weil sonst hast du halt irgendwann die ganze Mitte voll gewollt und dann wird es immer eh klick. Das ist halt hier warten, ne? Der Worry zieht ordentlich an im Schaden, da kannst du nichts sagen. Er drückt hier. Das war ordentlich. Wir nehmen den da wieder. Okay, Blind Ding. Das wollen wir jetzt nicht verkacken. Ich will da ein bisschen von dem Shit weg. Okay. So, komm, das Fahrzeug kommt jetzt nochmal rein. Diesmal aber. Ja, diesmal hat es reingescheppert. Ne, 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 du kostest hier nichts. Bäm, haben wir uns wegnocken lassen. Also ich glaube, das ist eine relativ sichere Sache. Das sieht gut aus mit der Gruppe. Außer wir verkacken jetzt noch richtig hart später, aber das glaube ich eigentlich nicht. Dann müsste ich, müsste ich meinen Mount in der Tasche haben. Ich hoffe es zumindest. Dann müssen wir mal schauen, ob wir da eine Vision machen oder, naja gut, jetzt bröft er halt hier, ne? Halbiert er halt einmal den Raum. So willst du das halt eigentlich nicht haben. Ziehen dann gleich auf die andere Seite oder, obwohl, der ist eh fast tot. Bei der Palo hat er jetzt auch gut angezogen, ne? Habe ich jetzt, warte mal, war ich jetzt gerade im Volcanic drin? Ich glaube, ich habe gerade das Volcanic gefressen, ne? Hm, ob das jetzt so gut war, die beide zu pullen? Nicht, dass wir übermütig werden hier. Can interrupt me already. Ähm, die müsstest du eigentlich schon noch bekommen, die Umhangs-Quest. Schau, schau mal nochmal bei Furion vorbei in der, in der Herzkammer. Also, es kann mir nicht, nicht, äh, denken, wenn du die abbrichst, dass du die dann nicht nochmal annehmen kannst. Du, ich, ich spiele im Moment nicht, äh, offensiv, äh, von den, von den Traits her. Fuck it, das habe ich mir, ja, das war jetzt richtig schlecht gerade. Ich spiele gerade einigermaßen defensiv tatsächlich. Das war jetzt gerade richtig gefällt, ne? Ich, komm, wir machen es diesmal safe. Vorhin ist der Palo abgeraucht, weil die beide durchgecastet haben. Jetzt machen wir die auf, auf einzeln hier. Aber, also, viel macht halt die Ding aus, wo ist das Motorrad? Kam das jetzt hier an? Ne, wieder nicht. Jetzt ist der Palo schon wieder abgeraucht. Das gibt's doch gar nicht. Der bleibt, glaube ich, in den Voids hier stehen, ne? Die siehst du aber auf der Treppe auch echt schlecht. Diese Zirkel, der ist ja ein Void-Zonen-Kuschler. Der Paladin. Die müssen wir halt machen. Mal, die kann ich eigentlich, oder? War das ne gute Idee? Wahrscheinlich nicht. Ich wäre bei Ihnen auch zum Void-Zonen-Kuschler geworden. Habt ihr das gesehen? Ihr musst halt aus allem rauslaufen. Hey, danke dir fürs Followen. Komm. Ich hau mir jetzt mal meine Heilung rein. Hey, es kommt halt hier schon viel E-Schaden. Jetzt würde ich nicht nochmal hoffstecken. Na gut. Hm. Ja, wenn hier diese Voids, ne? Die hauen halt echt Schaden raus. Du musst eigentlich hier fast die ganze Zeit moven. Ich zieh mal lieber. Wenn du dich da von 1, 2 erwischen lässt, dann bist du ziemlich schnell gegrillt. Ist das Melee natürlich ein bisschen ätzender, weil die teilweise unter den Mobster sind. Ja, das hat mich, glaube ich, auch gerade erwischt. 3, 2, 1, Sollen wir mal versuchen, hier offensiver drauf zu hauen. Aber ich spiele halt auch mit der E's gelungen im Moment, ne? Also nicht mit Single Target. Das Problem ist, ähm, Damage geht halt immer zum Lasten von defensiven Fähigkeiten. Jetzt, ähm, holz ich mal ohne Active Mitigation mal drauf. Na gut, ich bin bei 47, also gar nicht so schlecht eigentlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. 47, das mit der E's gelungen, ihr müsst sehen, in der Single Target gelungen geht halt einiges mehr, ne? Weil du, weil du halt einfach, ähm, also vor allem, jetzt habe ich auch den großen Cooldown, den ich ja eh technisch eigentlich habe, den habe ich nicht mal ready hier in dem Kampf, ne? Wenn ich den noch ready habe, dann wird es halt nochmal anders aussehen, das, äh, noch zusätzlich, aber in der Single Target Skillung spiele ich zum Beispiel auch mit anderen Essenzen, ich spiele auch mit anderen, ähm, mit einer anderen Skillung und ja, dann geht halt nochmal einiges mehr, aber es geht auch in der E-Skillung Single Target ohne CDs über 40k, das wundert mich tatsächlich sogar. Aber jetzt habe, ich habe jetzt keine, ich habe jetzt den ganzen Kampf keinen oder ein oder zwei Mal vielleicht die Active Mitigation gezogen, ne? Ja, 42, eigentlich gar nicht so schlecht. Man kann mit dem hier einiges skippen. Jetzt muss ich bloß schauen, wie viel Prozent wir haben, 82. Ich glaube, die Sachen drüben, die bringen alle fast keinen Prozent, ne? Ja, das, das hier ist immer mit vielen Minis kacke. Ich peddle jetzt hier absichtlich. Ähm, jetzt kicken wir sie einmal weg, um einfach ganz langsam die Mobs hier weiterzuziehen. Und jetzt habe ich nämlich zu viele Stacks oben gehabt, jetzt ziehen wir den einfach. Okay, die haben die kleinen Mobs da und jetzt können wir den einfach ganz gemütlich hinterziehen. Okay, er lasert hier. Warte mal, müssen wir hier trotzdem richtig Moven? Ne, du kannst einfach durchlaufen. Okay, easy. Bitte lauf nicht in mir wegen dem Vier. Heimlich mal hoch hier. Okay, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen ein bisschen schneller ihn ziehen. Wo stellen wir ihn hin? Irgendwo hier so an die Seite. Okay, ja, oder auch nicht. Okay. Ich schätze mal, der Heal Druid wird jetzt gleich das Ding nehmen. Ähm, die Orb und ein... Okay, da hat sich der Heiler weglasern lassen. Uiuiuiuiuiui. Hat er gesehen hier? Hat was ihn gefressen? Den Blitzschlag hat... Okay, und da ist der andere tot. Komm, Leute, das sind doch bloß Voidzons. Ich weiß, ich hab leicht reden, ich kann das Tank da drinstehen und das tötet mich nicht instant, ja. Aber ich versuche zumindest, das hier eben rauszulaufen. So, ist der Heiler wieder im Stissel? Ja, komm, hier so ein paar kleine können wir da schon wegräumen. Auch wenn wir noch keinen Heiler haben. Hier mit Necrotic war das vereklig, ne? Ich sag euch das. Kommt der Heiler gerade und der Parler ist auch noch nicht da. Das UI Ich habe mal ein Video gemacht Da musst du mal bei mir auf YouTube gucken Wo ich das einmal zeige, was das für Addons sind Wie ich das eingestellt habe und so Und unten müssten sie auch verlinkt sein Die Addons Oh Bro Den kicken wir mal weg Oh, jetzt bin ich da auch gerade Was, der hat es noch gekriegt, der Kugeltyp? Wie Hä, warte mal Jetzt sind hier zwei Kugeln Hä, wie haben die denn die Kugel von drüben? Ist das ein Bug? Hey, vielen Dank fürs Subscriben Freut mich sehr Hä, wie haben die das denn geschafft? Schau mal an, jetzt sind hier zwei Kugeln Wir haben aber nur eine geholt hier Verstehe ich jetzt nicht Irgendwie haben wir die Kugel multipliziert Also, wenn dann Hä, wenn dann Ist das ein Bug oder Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben Ah, wir brauchen den Achso, wir haben 100% Wir können hinten den Dude nehmen Hä, warum haben wir so Haben die Bringen die Kugeltypen Prozente? Ah, die eine Gruppe Die ich gepullt habe War halt unnötig Tatsächlich Merke ich damit gerade Ich habe ja da vorne noch Die eine Gruppe gepullt Die man hätte skippen können Die war halt unnötig Bun Ink Ja, aber ich weiß gar nicht Wo die Kugel herkam Habt ihr das gesehen? Da war auf einmal Oder hat die einer von da drüben geholt? Ne, die ist auch noch da, ne Die Kugel Also, ne Ihr habt gesehen Ich habe da nichts mit zu tun Keine Ahnung Wo die Kugel herkam Die war auf einmal da, die Kugel Einfach mal Kugeln geduped hier Alter, jetzt kommen die nächsten Mobs wieder rein Das ist so nervig Komm, geht doch da Na, jetzt hat der Paladin geendet Ja, ich hätte Wir hätten weniger Mobs gebraucht Ja gut Den kannst du auch auslassen Oh, der wird groß Verstehe nicht, warum die DDs nicht einfach da dranbleiben und draufhauen Oder kommt der dann nicht mit, der Spinnentyp Ich glaube, dann castet der vielleicht auch nicht Es kann schon sein, dass die das hier gar nicht so blöd machen Only run, schreibt der eine Ja gut Machen wir das mal Machen wir das mal hier Vier Minuten haben wir noch Vielleicht kriegen wir sogar Double hin Aber der Bosskampf dauert halt relativ lang hier, ne Also Ich denke mal so Naja, drei, vier Minuten Dauert der Bosskampf im Normalfall schon Mal schauen Vielleicht Also es ist halt nicht Boss-Buff, ne Also vielleicht reicht's ja sogar Müssen wir mal gucken Ah, du diese Procs, ne Meint der hier Pult? Na, holen schon Schaden aus, die Typen Ja, wenn die Cards durchgehen, das merkst du auf jeden Fall Jetzt hab ich dann gleich wieder Inka für den Bosskampf Ja, wir haben keine Wir haben keine drei Minuten für den Bosskampf Ich glaub nicht, dass das was wird Das ist ein Makro Ja, du kannst ein Makro machen Aber ich hätt vielleicht ein Pulltimer machen sollen, ne Fällt mir grad auf Ich weiß, die Leute hätten potten wollen Dachten wir jetzt, lass keine Zeit verlieren Na komm halt ran, du blöde Seuchenärztin Ich möchte dich ganz gern cleaven Geben wir nochmal einen Kick mit Okay, das interessiert sie reichlich wenig Du kaste trotzdem einfach durch Komm, das andere kriegt jetzt einen Motorrad Okay Eigentlich wohl Ich hab doch den ins Target genommen Warum ist das Motorrad auf den anderen geflogen? Man weiß es nicht Hm Ich glaub nicht, dass das was wird Ich bin gleich nochmal HC ziehen Ich hau jetzt hier mein Meine Mighty Heal Heilung drauf Oh Okay, jetzt bin ich erstmal ORM Ist nix mehr mit Mighty Heal Ich glaub, hier kannst du doch irgendwo so eine Orb anklicken, oder? Oder war das erst später? Hm Ich hab alles drauf gehalten, was ich heilen kann Jetzt können wir nochmal Hütet euch Muss gucken, wo die Seuchenärztin spawned Ah, da ist sie Ne, 50 Sekunden, das wird nix mehr Der Boss dauert einfach zu lang Also klar, wir haben's Easy in time Aber halt keine Double Chests, ne? Da hätte ich vielleicht diese eine Gruppe auch nicht pullen sollen Das hätte uns bestimmt nochmal so eine halbe Minute gebracht Daran vielleicht Und ja Hütet euch Gerade nochmal rausgegangen Naja, ich kann da halt nicht viel mit drauf heilen, ne? Da ist halt sofort mein Mana zu Ende Schade Das sind jetzt vielleicht so eine Minute oder sowas da noch fehlt Aber gut, egal Ob Eigentlich für mich ist es ja wurscht, ob's Double Chests oder irgendwas anderes Ich brauch's ja bloß in time Für mein Achievement Und ja Mehr brauch ich ja tatsächlich nicht Aber für deinen Armschienenproblem fällt mir gerade nur ein Trade Skill Master hat so eine Disoption, wo du Sachen einstellen kannst Und dann kannst du einfach nur mal einen Button drücken Und dann läuft das So, wunderbar Hab beide Achievements gekriegt, wie ihr seht Und mein Mount Jetzt haben wir alle 15 in time Ist natürlich wieder kein Loot So, und jetzt sieht's auch ein bisschen besser mit den Mounts aus Jetzt sind's bloß noch 5 Und wie heißt der Vogel jetzt Ähm Den ich bekommen hab Eui Irgendwas mit Schlange wird das Ding heißen Hoffe ich zumindest mal Aber Schlange sind halt viel Ähm, ja Gut Dann wenn ich jetzt hier Schlüsse Ah, schau mal Weil das das Achievement dazu ist Hier Erweckter Gedankenbohrer heißt es Jo, danke dir Damit sind wir durch Haben die irgendeinen tollen Loot gekriegt Wo ich vielleicht draufgeiern könnte Wo ich sag Hey, wir müssen wir das nicht geben Stoff Platte Was ist das hier Ein Schmuckstück mit Stärke Ja gut Da können wir wahrscheinlich eher nicht draufgeiern Auf den Loot Aber wir freuen uns natürlich Dass wir jetzt durch sind mit den Instanzen Haben alle 15 in time Und jetzt ist wie gesagt Äh Mythic Plus für mich Die Season erstmal wieder gestorben Joa Passt Okay Gut Das war's mit dem Instanzen Run Mich hat's gefreut dass ihr dabei wart Euer Taylor Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao